Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute will ich einfach mal ein ganz ganz kleines Video machen und ich wollte einfach nun mal fragen, also nicht fragen, sondern sagen, dass ich eure Hilfe benötige. Also es würde mich freuen, wenn ihr mir helfen würdet und zwar habe ich hier einen neuen, also einen Kanal, einen zweiten Kanal und da werde ich oder mache ich Let's Plays über Spiele halt, Let's Plays und es wäre einfach mal geil, wenn ihr mich hier abonnieren würdet. Einfach auf Abonnieren klicken und würde mich freuen, wenn ihr das machen würdet und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer also halt, würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert und das zweite, was ich noch sagen wollte, danke an 10 Abonnenten, weil jetzt lade ich auch wieder regelmäßiger Videos hoch. Das war ja mal eine Zeit lang nicht so, das war aber schon vor zwei Monaten oder so, hatte ich jeden Monat ein Video, aber jetzt kommt jeden dritten Tag ein Video oder jeden vierten Tag ein Video, aber auf jeden Fall mindestens dreimal oder zwei bis dreimal in der Woche ein Video. Ist es jetzt ein App Review oder ein Jailbreak Video oder sonstiges. Ja, das wollte ich nur sagen, wenn ihr wollt oder wenn ihr mir helfen wollt oder könnt, abonniert mich bitte auf meinem Let's Player Kanal und danke an 10 Abonnenten. Und ich will mich auch nur kurz fassen, weil es soll nur ein ganz ganz kleines Video werden. Ja, bedanke mich fürs Zuschauen und ciao bis zum nächsten Mal.